Torwesten steht für ausgereifte Maschinenkonzepte im Bereich der Fenster- und Haustürenfertigung. Konzepte, die sich in der Praxis bewähren. Hohe Maschinenstandzeiten, Präzision, Wirtschaftlichkeit und einfache Wartung sind unsere Parameter. Wir sind Teamplayer und sehen unsere Kunden als Partner. Fairness im Umgang miteinander steht für uns an erster Stelle. Was das bedeutet? In erster Linie guter Service. Dazu gehört die kompetente Beratung, individuelle Lösungen, aber auch faire und transparente Preise, wenn es um Ersatzteile oder Wartungen geht. Unsere Beziehungen zu Kunden sind langjährig. Ihre Erfahrungen und Anregungen geben uns die Möglichkeit, immer besser zu werden und nicht stehen zu bleiben. Denn nur wer sich in der Praxis auskennt, kann innovative Lösungen entwickeln. Hier entstehen keine Massenprodukte, sondern kundenspezifische Lösungen. Ein Fakt, der weltweit Anerkennung findet. Unser Team ist international und betreut Kunden in ihrer jeweiligen Sprache. Höchste Qualität, ein Mehr an Leistung und Service und vor allem die Bereitschaft, immer wieder neue Wege zu gehen, sind der Schlüssel unseres Erfolges. Geist. 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 Geist.